Der schmeckt so richtig, ja wie so ein bisschen gegrillt dann, hat noch geilen Biss, aber alle Nährstoffe sind noch drin, dauert wirklich so vier Minuten maximal, extrem lecker. Brokkoli in so kleine, ja so daumengroße Stückchen schneiden, Olivenöl in die Pfanne, auf höchster Stufe, richtig heiß machen die Pfanne, so, dann den Brokkoli rein, von allen Seiten wirklich scharf anbraten, Salz, Pfeffer rauf, bis der Brokkoli so ein bisschen hier und da schon so wirklich so ein bisschen angebrannt ist, so ein bisschen braun ist. Und dann mit ein ganz bisschen, mit ein ganz bisschen Sojasauce, wie so abschrecken und dann einfach auf den Teller, dazu vielleicht noch ein bisschen Joghurt mit Salz, Pfeffer oder so, hat man wirklich einen sehr gesunden, sehr, sehr leckeren Snack. Den wir jetzt direkt probieren werden, würde ich sagen. Brokkoli geht eh immer, ich liebe Brokkoli. Approved.